ja komm okay das so uneffektiv ist es jetzt nicht weil es in knapp zwei steaks ja mehr als zwei steaks was auf diesem feld ist zwar hässlich abzuernten aber es geht schon man lässt sich schon damit leben es ist halt hübsch es ist hübscher hier drauf zu starren als auf so einen fetten betonkasten der halt super effektiv ist oder automatisch oder sonstiges ist es halt es spart zwar keine zeit ist klar es dauert halt ein bisschen länger das ganze aber dafür machst du auch wieder mal was statt sogar zweieinhalb steaks statt einfach alles automatisch zu haben also in einer folge mehr getan also mehr sachen als andere nach so ein ganzes display weil alles automatisch stehst du nur afk rum und hast schon mehr ressourcen aber das macht keinen spaß dazu zu gucken der spielspaß ist ja zu sehen was gemacht wird und auch wenn der dieser in anführungszeichen spielspaß darin besteht weizen abzubauen aber warum nicht warum muss es immer spannend sein warum muss es immer so ach so toll sein es kann auch immer schön und schillig sein so sehr nicht doof dass ich das fans auf die seite gemacht habe weil da sehe ich nichts also man sieht es nicht so wirklich von anderen seite wird uns glaube ich eher sehen wenn hier so fenster wäre aber hier ist jedes große fenster sieht man dann das sieht man dann okay ich habe wieder der holz das ist schön das ist schön dann auch steps dann die jawohl jawohl genau das will ich also gut dazu bricht sogar ganze ich habe alles falsch gemacht ich konzentriere mich weil ich versuche jetzt das was ich wahrscheinlich vor zehn minuten oder so mir angeschaut habe und danach gleich nachbauen wollte da habe ich jetzt er ist vergessen so kann das vielleicht auch so machen ich weiß nicht mehr warte mal 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 das muss ja eh andersrum noch mal auf der seite gebaut werden muss ich mal gucken ob ich überall gemacht habe so die treppen sind irgendwie so ein ding die ich brauche extrem viele treppen ach da fehlt noch ich will hier hoch hallo da 1234 jetzt habe ich die seite auch gemacht ich brauche trotzdem viel mehr so soll ich hier treppe treppe ich brauche noch mein kamin hier geht ja noch der kamin durch och neun och neun und von innen waren glaube ich auch treffen hier konnte man zwar durch aber ich glaube ach warte geht geht ja nicht geht ja nicht hier waren treppen oder nee oder nee 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 hier waren keine treppen neun tschüss schade aber eine sache könnte ich ja trotzdem noch mal machen ich brauche noch so was im keller weil in dem anderen habe ich ja kein keller hingepflanzt das ist so was wie hier so hier so einen kellergang mache so da muss ich mir halt einen anderen platz für furnas zu holen kann man trotzdem nehmen kann ich runter ne scheiße wie mache ich das jetzt das ist dann hier so runter geht keine ahnung können wir ja mal probieren ob das einfach mit so einer leite kommen leite ist echt das effizienteste wenn man so sieht so dann geht es hier also runter dann geht es doch einfach runter ach nee musste sein ich will dich aber behalten ich hasse es steine zu verlieren ich weiß nicht habt ihr auch so einen drang auch wenn es kubblestone ist ein kubblestone wegzuschmeißen sonst will man doch einfach nicht so also es ist relativ dunkel geworden will ich mal behaupten ich höre wieder eine hexe ich höre eine hexe 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 hier ist niemand ne ja hier ist schon wieder inzwischen gut ausgeleuchtet ja dann hole ich mir mal die ganzen neverwarzen die hier noch übrig sind erweitere mein feld ja komm 27 guck wenn es weiter geht geht es ruck zuck da brauche ich nie wieder neverwarzen so ich bräuchte aber slime slime sind immer ist immer noch so ein item es ist es ist es nicht zu haben ist aber eh relativ selten früher waren ja slimes die die seltenste item überhaupt seltener als diamant jetzt ist es die elytra glaube ich oder ist es die elytra ach weiß ich nicht ja es ist so ja doch klar ist es selten weil diamanten findest du die ganze zeit die elytra findest du halt nur nur per end village davon kannst du auch nicht unendlich haben okay neverwarzen gehen ruck zuck die gehen echt ab dann brauche ich noch mal meine ganzen melonen ab so 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 die brauche ich nicht dann brauche ich noch die ab so die coke nie meine kakaobohnen kann ja noch abbauen zack 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 jetzt habe ich oh es regnet dann gehe ich mal schnell schlafen ich hasse regen so gute nacht ich gehe schlafen nicht entweiche mit dem regen da ich nicht im regen basteln will oder ja ja wischte was ich meine ihr wischte was ich meine tadaa und tot level 4 ich habe wieder zwei sachen kombinieren also zwei bücher level 1 der bücher jedenfalls hi aua der hat einem weh getan kann ich trotzdem umschlafen oder jetzt sagt es mir nee zum glück nicht ein weh habe ich geschrieben yay boah ich nehme ja schon wieder seit zwei stunden auf das ist schlecht für meinen rücken aber was soll's ich glaube der das glatt chillt immer noch da unten dass ich sehe nichts durch die tür sehe ich sehe ich jetzt das nichts ah ich habe doch hier ein fenster rein stimmt ich habe mir letztens die folge reingezogen nicht die folge reingezogen die ich ich schaue mir ja nicht meine eigenen folgen an sondern wenn letztens ich glaube ich einen kommentar drauf bekommen bin dann letztens wieder auf die folge drauf also auf die rund ne nicht 100 auf die 30 38 oder so 39 und das war glaube ich 38 habe ich gesehen da habe ich das ding hier gemacht da habe ich mich gefragt habe ich da jetzt habe ich da jetzt ein fenster oder nicht okay immerhin noch level bekommen das war echt weg er hatte angst von mir der hatte eindeutig angst von mir ist weggerannt aber es sieht echt da schön aus das das häusle da oben das ist echt so ein kleines schickes häusle da komme ich hier immer so raus und dann sehe ich da so schönes häusle dann muss da noch irgendwas schönes hin und dann ist es sehr sehr idyllisch muss ich schon sagen gebäume die weg was�etzen aber wachsen auch so vorsich her das ist schön ja für das haus reicht jetzt mein holz schon mal locker warte ich brauche hierngel uhr papapapapapapapapapapapapa der rappa äh nee nee warten mal das brauche ich und nochmal das brauche ich so oh noch was noch was so und das brauche ich so dass es eigentlich innen die sein ich habe hunger ist in diesem kamin kamin brauche ich noch unbedingt so hallo hello mr skeleton how is it in my house es gefällt ihm anscheinend ihm hat es nicht so gefallen der blieb lieber draußen und die sind auch noch jemand hallo die wollen nicht mehr so einen keller machen wir natürlich auch es muss ja hier auch noch unternehmen so da einzeln und da oben einzeln dann da und da auch er kommt auch so kann man das kann auf dem dach so ist die dachsteige luke was auch immer da kann man meinen komischen turm hier neben anderen schauen ob auch wenn er gar nicht zum stil passt ich weiß nicht warum ich das hier was bewegt auch warum ich da so ein hässliches silo mache oder machen wollte oder machen will und dann jetzt genau hier schöne häuser machen will auch wenn ich mich nach da oder so verziehen könnte oder nach da nein ich will nicht hier gehen das hässliche genau nehmen ist haste genau da das war mal wie war das jetzt die obersten 3 nein 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 so wie wir das jetzt ich weiß es nicht genau ich höre sie nicht mehr da ist echt noch voll viel platz was man da hin machen kann warte mal wie waren das noch mal testing wird ich lerne wahrscheinlich weil ich die ganze zeit nur noch das gleiche zeug mache so das war schon ah nee nee unten ging es weiter und einfach weiter da war es so ok 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 und es war noch eins verschoben so noch eins verschoben und zwei so ich versuche mir das zu merken ich weiß es ich weiß es ich weiß es ich weiß es ich habe es mir gemerkt ich habe es mir gemerkt ich habe es mir gemerkt und zwar so ok also gut dann machen wir alles nach der reihe das ist um eins verschoben das ist um eins verschoben aber ich habe nicht geguckt ob es von innen noch ja ja was natürlich was natürlich mein aledetisches gedächtnis sagte mir dass ich in einer folge davor ist gesehen habe und probiert habe so danach sagt mir mein gedächtnis auch noch dass es hier verläuft so und das ist zwei so verlaufen die ganz normal weiter verlaufen das hier auch normal so und dann dann war das damit so irgendwie nein 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 nochmal 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 die waren die waren die die waren die waren mit ganzen blöcken jawohl so dann stimmt das da ah da muss es ja noch so hoch gehen das weiß ich immer noch nicht das habe ich mir nicht angeschaut also nicht direkt von daher kann mir mein gedächtnis nicht sagen ob es stimmt oder nicht wenn ich mir das nicht mal angeschaut habe hier war was da war was also war da eine doppelkäste da eine doppelkäste da war schlafplatz was kann ich da hin machen die kann ich auch mal was machen ok gut naja wurscht dann hier unten schau dir aber auch nicht so überzeugend aus jetzt kann ich auch locker noch eins raus machen warte mal ich kletter mal irgendwie irgendwo hoch schon wieder alles gewachsen was soll denn das ich würde gerne von ganz oben anschauen so ich würde es das werde ich weiß gar nicht hab ich das noch eins weiter raus gemacht oh Creeper hi Creeper Singleplayer Testing World Mann das regt mich grad auf Mann das regt mich grad auf ähm ja ich hab's noch eins weiter raus genau dachte ich mir schon dann ahahaha ja ja das da ist so gewesen ja aber könnte man auch ups ne wenn man das ist alles das ist irgendwo half step da äh ne du nicht das können wir auch so machen oder so oder lassen wir es einfach so ähm so habe ich das gemacht und das habe ich sogar echt mit den Dingern gemacht alles klar daran erinnere ich mich jetzt danach an den obersten half step half step zack und wieder mit zweier Abstand ah ne treppe nicht half step treppe half slap slap ok oh ich dachte ich wäre wieder noch im fliegen Modus ich wollte da grad mit ich wollte da grad rüber fliegen so boom 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 danach hier noch ha 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 ok das ist ein ganzes block so dann kann ich auch darüber glitschen das ist auch ein ganzer block so jetzt darf ich wieder nach oben ha aber immerhin kann ich immerhin kann ich jetzt nach oben lock easy so ähm danach da so jetzt kommt das das da das da das da das da das da oh hi creeper hat mich gesehen schön soll ich nicht nach unten fallen da ist er und dann bin ich so oh nein oh nein oder ne warte mal hätte ich es nicht so gelassen ich wollte es doch so lassen falsch das kommt noch da oben ich werde gleich kommt der creeper hoch dann weißt du wie ihn meine treppe verwendet alter ich hab grad angst dass der creeper jetzt echt um die ecke kommt und alter wenn er da ein loch rein macht hm wo ist der creeper he wo ist der creeper da unten ist der ich muss den unschädlich machen gut ne weil es wenn er sich echt da rein schleicht und ich dann und er dann explodiert dann bin ich aber so richtig gefickt ok egal was so ich leuchte ich erstmal bisschen random aus so dann kommt noch mein kamin dahin ok dann eh ne ok alles klar gut da haben wir das eigentlich jetzt schon größtenteils hinter uns ja das war eigentlich so eine schwere Geburt weil das so oh mein gott oh mein gott habt ihr das gesehen hi creeper hi na du gefällt dir mein haus ja ja komm komm ich zeig dir mal was anderes äh da hinten im wasser das ist schönes wasser da also soll mal nicht das ist das ist Untertitelung des ZDF, 2020